So und da bin ich auch wieder bei Uncharted 2. Machen weiter doof, dass von diesen lustigen Lassarierwütschörnern diesen... ...keine Ahnung... Hosen... ...atakiert wird... ...diesel jetzlichen... ...Pedo-Wixeln... Ha-ha-ha... Gott ey, jetzt hätt mich grad bei einer getwiltet... ...wo... ...mh... ...aah... 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 ...schlappschwanz... ...schlappschwanz... ...ein Deutsch ist wieder perfekt... ...und jetzt die Stelle... ...ja... ...fach... ...ich wollte die grad abschließen ey... ...woah... ...man... ...Tänse vertreng mich nicht so... ...ha-ha-ha... ...wares Herz... ...schönes Jürgen... ... 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 euch das rein. Das ist heute komplett ungeschützt, aber die ist brutal, wie eh und eh. Hä, wie ist hier schon alles ausgerottet? Wenn ja, dann sind sie echt dünne. Wo bist du? Hat einer gelabert. Ach, das geht ja üblich halt. Als ob ihr mir was anhaben könntet. Ähm, okay, hier ist alles klinisch. Dann spacken wir hier auch mal rein. Oh, ein Schatz! Wow! Oh, nur wohin? Ich glaube, ich habe mich gerade komplett verört. Dinsen, wo bist du? Ach da. Keine Ahnung, wo es lang geht, Dinsen. Was ist hier? Oh, hier ist... Oh! Den Schatz... Den Schatz habe ich auch noch nie gefunden. Auch geil. Wenn ich alles sehe, wenn man das nochmal durchspielt. Als Let's Play. Geil. Das ist echt geil. Da geht's nicht durch. Ich glaube, ich habe mich gerade komplett verlaufen. Oh! 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 Schwarz! Ah, jetzt... 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 Wie ist das wieder mit mir? Pema! Wie? Pema! Nichts hier, also. Färm차�! Färmỹ, nicht! Nix da... Pema! Dinsen, gewollt ihr! Was? Pema! 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 Din, grä! Pema! 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 Oh, Scheiße! Pema! Pema! Ja genau so das. Um uns zu eliminieren. Weil sie sich nicht anders selten wissen wie Loops. Ja ich bin grad gestorben. Wenn das leicht geht. Nein! Ich nochmal probieren. Na er! Okay. Ich hasse diesen verfickten Panzer ey. Schmulen geht da oben drauf. Komm schon! Komm schon! Nein! Nicht denn da verstecken. Komm schon mach alter! Komm schon! Komm schon! Schleich nicht so hart ey! Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Geht mir grad um den Mund. Rufwort. Schnauze. Du stirbst. Ne genau so. wrinkles. Da! Komm schon! Ja! Das stimmt nicht. Ähm. Nein, wir nehmen den Viertel. Ist gut. Naja? Nein, nein, nein. Oh, Mann, ich hasse diesen Scheiß. Alter, dieser Teil ist echt zu gay. Ich hasse den. Nein. 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 Das ist jetzt auch, ne? Ja, super! Woll! Das passt jetzt nicht. Ah, jetzt auch wohl. Du willst mich verarschen, oder? Denk ich mir quer hier rüber, oder? Deine Panzerfaust. Deswegen heißen die Teile so. Woll! 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 Ah, hier! Du bist schon in Ruhe, ja? Woll! 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 Woll!